Ich bin Viviane Chasseau und spiele seit ich zwölf bin Akkordeon. Ich sehe das Instrument als weiteres Tasteninstrument, wie das Cembalo, das Klavier oder die Orgel, aber mit dem Zusatz des Balgs, dem atmenden Element. Und mich fasziniert es, zu entdecken, was mit den Werken, die für Tasteninstrumente geschrieben sind, passiert, wenn ich sie aufs Akkordeon übertrage. Und wenn diese archaische Komponente dieses ursprünglichen Volksinstruments mit der quasi klassischen Musik zusammenkommt. Diese Synergie und dieses Brückenschlagen fasziniert mich. Was ist der Akkordeon? Ich begrüße sie. Ich schaffe dich. Du hast dich. In diesem Buch meinst du mit Unternehmen in Hauschmann, aber ich bin Ende vom Nutzfeldal, der in dieser Konfteonien dem Leben in den Fer 드립니다. Und das war Spiel ich immer schon mit einer Bethlehem. Ich bin Ende vom Nutzfeld-Ling. Die Schicksal Musik Musik Musik